Wolfgang Neubert, wo ist bloß das Glück geblieben, was der NG Cottbus noch braucht, um endlich wieder zu gewinnen? Ja, ich glaube, wenn das Glück wieder zurückkehren sollte, dann denke ich, dann werden wir auch wieder richtig erfolgreich werden. Aber Glück allein schießt du noch keine Tore. Auf alle Fälle haben wir heute wieder gemerkt, dass in der Mannschaft eine Grundordnung drin war. Vor allem im Defensivverhalten, dass wir zurückgekommen sind aus dem 1-0-Rückstand, auswärts noch dazu. Und der Elfmeter praktisch in der Nachspielzeit, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber ich habe ein bisschen gehört, dass es nicht ganz so unbedingt hundertprozentiger gewesen sein muss. Aber nur ist es mal passiert. Das wird uns nicht umhauen. Auf alle Fälle ziehen wir aus dem Spiel heute viel Kraft. Weil wir gesehen haben, es geht, es funktioniert und ich denke, wir werden auch noch besser werden.